da kann ich nicht und die kreis ich sterbe ich bin zweimal in der Sackgasse gerannt was geht also ich hab' von drei Spielers weg ich hab's noch geschafft in die Zone aber ihr seid schon weg bei dir ist auch immer einer naja der hat sich mal ein Kill geholt das ist ein krasses Finale ich hab' kein Bock mehr auf diese Scheiße weil da einfach nix läuft hallo ich hab' kein Bock mehr auf diese Scheiße ich zeige euch meinen neuen Lieblingsort hier da müssen wir meine Lieblingsort da ist mir jetzt aber ich gehe da hin ach ja nicht so was grün oder ich gehe nach Janik, ich gehe nach Janik, komm den Park hat mir noch nicht gezeigt gezeigt hab' ich nicht so geil im Park ist gekommen ja aber da konnte ich nicht alles wirklich über den Weg am Parkland, ja Alter ist das leckeres hier wir wollen gefühlt jedesmal sobald wir einen Gegner gesehen haben was leckeres wow 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 Alter Alter das Spiel ist richtig geil ich will jetzt Haus Leute meine Waffe ist unsichtbar what the fuck Alter ich will jetzt Haus Mann oh come on ich muss das fahren freigetopft wird's nur dass man nichts flüssig versteht ok hier oben wurde schon eine Kiste geöffnet ja ich fahr oben achso jetzt lass mich doch durch die Tür und wie ich werde verfolgt 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 das Beste Stoned ey geht gar gar nicht lol Draston war grad vor mir und dann war er nicht oh man ich kann seine Spiegel nicht hab Tränen in den Augen ey ich kann ihn mir atmen gleich damit hat der Baust noch weh ich hab auch so weh ich hab auch so weh zwei Minuten Folge bisher ich bin dann so hoch gerade halbzeit aua aua mir tut der Brustkorb weh ich hab sogar jetzt ich hab da ich hab da ich hab da lass ein Like da Leute ja ich hab eben dieses Daumen hoch Emoji gemacht internet also Tag ist irgendwie mega lame hier gibt's gar nichts ja es gibt ja es gibt ja ich hab da hinten geht Park weiter da oh ich hab ja erstmal selber spritzen dahint da ist noch geil ach ich bin unterwegs Mama ich hab kein ich hab kein vernünftiges ich hab kein Volkjema ah ha HALSE Sven da noch nicht da der große Gebäude wo der in die Fresse scheint hehehehe 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 Kisse meine wie kannst du jetzt noch gehen ha 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 ah hier funktioniert das Spiel auf einmal hm hmm ups ja nice easy so jetzt hat ja Park will keiner hin oh jemanden habt ihr gehört jemanden na Sven lasst ihn schreien hehehehe ich hab für Schmerzen hehehehe oh oh vor allem ich hab euch alles ich hab euch jetzt mal den Park gezeigt ich weiß nicht du hast uns einfach nur enttäuscht hehehehe ich hab gesagt für eine Person ist sie cool für eine Person wär uns auch ausgerüstet na weiß ich nicht ich bin nicht ganz sicher hier rein ich sag ihr voll den coolen Ort und ihr soll uns einfach nur enttäuschen ich bin doch nicht enttäuscht ich hab mir keine MP-Bundkursen HALSE Optimus Prime ECHTER MEGATRON ALTER wer zieht hier so viel Internet hehehe kann man das? wow was denn? hast du es nicht gehört? was? das Spiel hat gesagt ah verdammt pass doch auf mal gucken vielleicht kommen wir gleich ins wo wir noch Hoffnung hatten Hoffnung und Träume dass wir was reißen können hehehehe ja wie sitzt die Tür hier oben auch? weil ich es auch gemacht hatte alter weil wir hier oben sind so da siehst du da ist es wo 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 okay hinter drei Mann da dran das kann gut sein ich nehm auch mal ne andere komm ich nehm jetzt mal Dicke hier Kilo komm dann machen wir die Drasson way of life Kilo ist best ja und meine 2 Waffe und meine 2 Waffe Lenkrakete hehehehe jawoll ich kann nichts machen bei mir ich kann keine Waffe wechseln okay ich hab zu Drasson rüber und Drasson dann glaube ich aufstammt hehehehe wir haben eigentlich das Spiel äh Spiel hallo okay ich bin wieder zurückgepottet ok ich bin wieder zurück ok wow 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 alter ich war im licht ich war im licht ich war im licht pfff 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 Alter genau der war in der Richtung du Arschloch alter ja ist in meine Claymore gelaufen so kommt wieder zu werden hopptein Gang hopptein Gang da hopptein Gang da hopptein Gang da hopptein Gang da warte warte noch was Kilo siehste nice hehehehe sag doch Kilo läuft ja Kilo läuft aber wo ist dein teammate weiß es nicht also auf jeden Fall nicht allein wartein das ist ein Heli komm her so weit weg sind der Kli? ich gönn ihn dir bist so weit weg aber ist voll geil die Ansicht oh leut das war ich ja hab ich nicht mehr ich wollte ein bisschen streit machen mit dem Heli aber so weit komm ich nicht alles klar alles klar hast du ihn? komm 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 du schießt bei mir einfach nur gerade in den Himmel das ist eine leckere Rakete oh come on hä? was war das denn? du hast ihn geholt du hast ihn geholt du hast ihn geholt oh easy bei mir ist einfach die Sport ich bin ich bin okay bei mir nehme ich auch dich ich hab das jetzt schon mal mitbekommen ich auch nicht ich hab einfach nochmal geschossen ich hab so ein Zielvisiert der fängt dann an zu piepen wenn ich schießen darf quasi wenn er was anvisiert hat er hat gar nicht gepiept er war einfach dann weg ich bin stolz auf meine Leistung mit einer Lenkrakete die automatisch anvisiert sein zu killen darauf bin ich stolz ja ja Top 20 sind wir auf jeden Fall Top 17 Auto kommt noch wozu jawohl 2 oh machst du weg mach du auf, lass verdammt Sven ich hab markiert da kommt der nächste noch eins noch eins nein so langsam umdrehen umdrehen verpiss dich alles klar die kommt zurück oder ein oh man come on du hättest auch einfach hier mit der Leiter aufs Dach gehen können was für eine Leiter ja hier ist noch eine Leiter hä hä hier da 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 sagst du mir jetzt das ok ja von da aus kommt wieder Auto kommt noch auf den Zug andere Seite kommt Auto ja da ist er ist er zu uns ne ich bin mir nicht so sicher ah oh man noch eine da ist noch eine noch eine und die Eien sind ausgestiegen oh fuck off oh leid wird geschossen alles klar alter was ist hier denn los ja ich versuch's einfach weiter ja ich hab meinen letzten Schuss jetzt verballert Ok, er ist nur K.O. Verdammt, aber ich hab ihn getroffen. Schüsse. Ok. Urlaub gestoßen. Gekillt! Gekillt! Nice, wir müssen uns bewegen, die Zone kommt. Sön, Kosta! Da kam einer. Haben die Spieler geholt? Nice. Das ist hier. Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Hinter uns! Rechts, 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 rechts! Wir brauchen gar nicht groß hoch gehen, weil die Zone kommt eh gleich. Ja, dann können wir nochmal mit Fallschirm runter, weißt du? Und wir gehen von hier raus. Seine Taktik, ich mach meine Taktik. Warte, komm! Nee, dann machst du das. Bin hinter euch. Na ja. Easy, ich bin wieder ins Sessor. In dem Aussehen. Happy Online! Jetzt muss gut laufen. Ok. Oh, hast du über uns? Bei euch ist einer. Genau, bei uns. Alles klar, können wir holen. Holen wir. Dö, 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 dö. Nun, sie hat 22 Sekunden da hoch zu kommen. Ja, aber wir sind ja in der Safe Zone. Zwei Stück müssten das sein. Nee, nee. Das, das... Zwei Stück sind das bei euch drüben. Zwei Stück sind das bei euch drüben. Das Glas weichert sich aus. Einer ist tot. Jetzt bin ich wieder runter. was ist wenn du oben ne ich bin wieder runtergegangen okay hab ich halt mich ja so wie sieht die maßgebäude warte zone zone ja du bist doch drin easy sven wir müssen weiter ich kann den gleich passen hier ist auch noch ich bin beschossen rote von nacht rote von nacht jungs zone ja ich hab schon spiel hör auf zu lecken aber ist kacau problem ist fahrzeug um die ecke ja aber oh nein die sackgasse scheiße sie auch na kapitel easy wo gehts hier raus ich bin der maid junge ich bin jetzt der maid ich sterb ich bin zweimal in der sackgasse gerannt was kann ich noch also ich kann von drei spielers werden oder ja ich hab's doch geschafft in die zone aber ihr seid schon weg bei dir ist es auch in der weiner ihr macht das jungs naja der hat sich mal einen kill geholt das ist ein krasses finale würde ich sagen ok du bist schon mittendrin nice ok bei euch das ist leider auch kein shoppner sonst hätte ich diesmal keinen unfutter spielen können ok 38 meter links von mir ob es geht denn jetzt oder warte nein 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 tu es nicht bitte nicht oh come on alles klar du machst das Sven du bist ein tier du bist ein biest du machst das sind nur noch 13 stück sind nur noch 13 stück und du bist genau mittel in der zone genau du bist ein tier du machst das scheiße einfach nur abwarn geh noch höher renn einfach hoch renn einfach hoch in der hoffnung dass dort oben niemand ist und alle anderen vom gast vernünscht werden einfach hier drin warten einfach warten einfach warten einfach warten alles klar ok du bist nur leider nicht mehr so sehr mittel ja eine runde kann da noch warten du sprich da vom dach und machst alle weg ja ich würd jetzt sogar weiter runter gehen einfach oder ne ja da runter gehst du nicht mehr nein du musst vom dach runter du musst vom dach runter ne ich würd da durch die tür gehen und ne durch die tür zum fenster raus ja durch die tür Sven komm zur tür durch die tür und jetzt zum fenster raus und dann komm nein das ist kein fenster oh scheiße hoch und dann raus rausspringt hoch und rausspringt hoch und rausspringt hoch und rausspringt und in die zunge fliegt und mach den mach den mach den nein das war der letzte ne da waren noch zwei achso scheiße man aber der ist hier abgecampt was macht Sven hätte den tag retten können ja Sven hat abgenut am ende war klar aber war trotzdem gut oh man scheiß tut mir leid jungs alles gut alles gut war panik passiert heute ihr würdet gerne noch sehen wie viel kill es sich gemacht hat ja das ist so ne scheiße das ist doof ich glaub es sind sechs glaub ich es sind fünf oder sechs irgendwie genau ja war noch ne geile runde der hatte alles ladies gentlemen wir sind doch noch krass haut rein bis zum nächsten mal check drausrunner für seine coole sicht und bis zum nächsten mal haut rein tschau tschau tschüss mulheres und wir va mas Denn mit mitt mit tschau